Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Outlaws. Die Gesetzlosen sind bei Teil 5 angelangt und wie wir sehen können, ich habe es zusammen gebracht, das Ganze wieder zum Laufen zu kriegen. Was ich alles habe machen müssen, werde ich auch gleich erzählen. Und zwar das Problem, was wir das letzte Mal gehabt haben, war ja das, dass wir nicht mit dem fünften Level, also diesem hier genannt, die Sägemülle, dass wir weitermachen haben können, weil die zweite CD nicht funktioniert hat, beziehungsweise das Spiel hat die zweite CD zwar erkannt, aber wir konnten das Level nicht starten, weil es dann gestanden hat, eben kann Level nicht laden. Gut, was ich dann probiert habe, weil das haben ja schon mehrere Leute gehabt, das Problem. Und was ich dann einmal probiert habe, was eine Lösung sein soll, für das Problem, war, dass die die meisten dann geschrieben haben, von wegen, ja, man muss die Grafikeinstellung umändern, dann geht's. Gut, ich habe alle Grafikeinstellungen ausprobiert, die mir zur Verfügung gestanden haben, hat alles nichts gebracht, aber wirklich gar nichts. Das ist immer, bei der gleichen Position ist es halt eben nicht weitergegangen, das Spiel. Ja, dann, was habe ich als nächstes gemacht? Als nächstes habe ich dann einmal geschaut, ich habe es nämlich, weil wenn ich ehrlich bin, zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich das Ganze mache und so, habe ich noch immer, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Versionen von Outlaws habe ich drauf. Die eine Version, die ich halt eben runtergeladen habe, was ich eben im ersten Teil erwähnt habe, diese NGI-Variante, dann habe ich, weil man kann, also mit dem Windows, wie ich sie jetzt da habe, mit der 64-Bit-Version, kann ich das Spiel nicht installieren. Ich habe dann noch eine andere Variante halt eben drauf, die damals besagt hat, dass man einen Ordner von Outlaws, also quasi den Outlaws-Ordner selber von der ersten CD, dass man den einfach rüber kopiert und dann funktioniert es auch und das Ganze halt eben patchen. Das heißt, das ist eine von den anderen Varianten, die ich habe auf dem Computer. Ja, aber wie gesagt, mit der hat es eben auch nicht funktioniert und ja, dann als nächstes habe ich dann einfach geschaut, also dann habe ich gegoogelt halt eben alles Mögliche und habe dann zufällig einen Eintrag in einem Forum, ich weiß nicht mal mehr, wie das Forum geheißen hat, habe ich dann gefunden und da hat auch einer genau das gleiche Problem gehabt und sowas und der wurde dann auch geraten, das und das zu machen, das hat alles nicht funktioniert, aber er hat es dann zum Laufen gebracht und der war so nett und hat dann auch geschrieben, wie er das Ganze zum Laufen gebracht hat, weil er selber gesagt hat, von wegen, ja, jeder schreibt immer noch hin, dass, ja, sie haben das Problem gelöst, aber wie sie es gelöst haben, steht nicht drinnen und der hat reingeschrieben, von wegen, dass er das Spiel auf einem XP, also Windows XP Computer hat er das installiert, dann die ganzen Daten, die installiert worden sind, von dem, äh, von der Festplatte hat er dann rüber kopiert auf seine jetzige Festplatte, halt eben mit dem anderen Windows und da auf einmal hat dann alles funktioniert. Ja, und im Endeffekt habe ich das auch gemacht, also ich habe es ein bisschen anders gemacht, aber das war im Endeffekt auch die, die, die Lösung für mich, weil, ja, ich schaue nur kurz, dass ich da ein bisschen weiterspiele. Mir geht langsam die Munition aus. Ich bleibe mal kurz stehen. Also im Endeffekt, äh, weil, das war auch das, was ich, glaube ich, im ersten Teil habe ich das gesagt, was nicht hundertprozentig stimmt, aber falls irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollen, habe ich noch ein Assi-Märmel. Das, was ich damit gemeint habe, war eigentlich, äh, ich habe zwei alte Laptops, einen sehr alten, da habe ich ja auch schon erwähnt gehabt, von wegen, da habe ich Outlaws installiert drauf, dieser, äh, Windows XP und funktioniert zwar super, nur Fraps funktioniert auf dem katastrophal, das ist eine Bildergalerie, weil halt eben das ein uralter und sehr schwacher Computer ist. Und mein anderer Laptop, der ist ein bisschen neuerer, äh, da habe ich früher Windows Vista drauf gehabt, nur ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber auf jeden Fall, der, den habe ich dann irgendwann abgegradet mit Windows 7, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht warum, aber es ist so, und das wäre mein, ja, mein Notfallsplan gewesen, dass wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten hätte, dann würde ich diesen zweiten Laptop nochmal komplett aufsetzen mit einem Windows Vista, weil irgendwo, glaube ich, habe ich noch ein Windows Vista herumfliegen da bei mir und hätte dann das Spiel dort installiert und hätte es dann dort probiert zum Spielen mit, halt eben, äh, Fraps, weil das würde dann wahrscheinlich gehen. Äh, so weit habe ich es aber nicht kommen lassen, das heißt, ich habe jetzt da halt eben das, ähm, den, den Ordner, den ich eh schon auf meinem alten, äh, Laptop gehabt habe, das habe ich alles auf dem USB-Stick draufgehauen, habe es mir jetzt auf den Computer drauf, äh, kopiert und es ist gegangen, ich habe nur müssen auch da wieder, äh, na, mich juckt die Nase erst, äh, habe ich nur diese, äh, die Startdatei, habe ich müssen umschreiben, wieder, äh, mit, also da gibt es auch so einen Trick, wie man, ähm, all die Windows-Spiele halt eben, wenn die Probleme haben auf neueren Windows-Systemen, äh, dass man, wenn man Farbprobleme hat, muss man so eine TXT-Datei erstellen, da schreibt man ein bisschen was rein, damit der Windows Explorer abgeschalten wird, während man das Spiel spielt, das hat angeblich dann, ähm, dadurch hat man Probleme halt eben mit der Farbgebung in dem Spiel, und die habe ich jetzt auch umschreiben müssen, dass es auf die Version halt eben angewendet werden kann, aber wie gesagt, zur Zeit geht's, und schauen wir mal, wie weit man da hüpfen, lässt sich nicht bewegen, lässt sich nicht bewegen, gut, jetzt schauen wir aber mal, dass wir ein bisschen weitermachen, so geht das, so, und wir werden auch eine andere Waffe mal einsetzen, und ich habe auch, glaube ich, im vorigen Teil habe ich erwähnt, von wegen, dass ich dieses Level eigentlich nicht so sehr mag, stimmt auch, also, nix gegen das Level, aber das ist ein bisschen komplizierter, einfach von, äh, von der Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut ist, und eben mit Schalterrätseln und so irgendwas, ja, ist halt eben auch typisch LucasArts, also bei Dark Force gibt es auch einige Level, die kann, äh, die, die sind nicht ganz so meins, habe ich jetzt auch gedrückt, denke ich, nein, das funktioniert so nicht, okay, oder, warte mal, doch, das müsste doch gehen, oder? Nein, okay, geht doch nicht, jo, ich versuch's, aber wie gesagt, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir weiterkommen, warte mal, habe ich jetzt da, ja, ich habe die doppelläufige, die normale gekriegt, verdammt seist du, und das fährt doch nicht du her, da, ja, ich versuch's nicht, zu sein, Wir sind in der Übersaal! Ja, wie viel heute er aus? Und deswegen hasse ich ein bisschen das Dynamit, weil das ist auch ein bisschen unvorhersehbar, was das aufführt. Ja, wie viel sind da? Und ich sag sehr viel Euter. Aber das ist bei mir leider normal. Und ich soll doch wieder mal speichern, aber eben, das habe ich mir ja auch... Ein bisschen schon abgewöhnt, weil... Nicht, weil ich so gut bin oder was, im Gegenteil. Ah, ich sehe ein Secret. Aha, ich brauche es nicht. Na doch, ich brauche es nicht. Sondern, weil jedes Mal, wenn ich speichere oder ins Menü einfach reingehe, das habe ich aber eh schon erwähnt, dann macht Fraps kurzzeitig eine neue Datei auf und wieder zu. Und ja, es ist, das ist alles ein bisschen ein Krampf dann beim Zusammenschneiden. Es ist machbar und so, so ist es ja nicht, aber... Ja... Äh, warte mal, was... Was machen wir da jetzt da gerade? Und... Haben wir jetzt eigentlich einen Schlüssel gekriegt? Drum Solo! Na doch, wir müssten eigentlich einen Schlüssel gekriegt haben. Damit wir da weiterkommen. Ähm... Ja, vielleicht... Ja, 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 wissen wir. Doch, haben wir gekriegt. Hier drüben ist einer. Ja, gesagt. Da, da, da... Yippie yaya yippie deyay Yippie yippie deyay Ich speichere mal Oder beziehungsweise ich speichle Es sich nicht bewegt, wie gut Ok, da hupfen wir nachher rein Reinigt G stressed ein So, das muss man auf jeden Fall mal aktivieren. Ja, Zeit leisten, das spare ich mir heute. Also, ich weiß jetzt leider das Datum nicht. Heute ist Freitag, eine Woche nachdem ich aufgenommen habe, weil das war ja am Samstag oder am Sonntag, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ich weiß sehr viel nicht, gell? Ja, es ist auf jeden Fall, heute ist Freitag. Ich habe die Woche nicht allzu viel machen können, schaffen können, was auch immer. Ich habe auch immer eh klar, ich hatte wieder mal eine Spieldienstwoche. Da kommt man zu gar nichts. Aber ich habe wirklich Bock gehabt, heute wieder aufzunehmen. Deswegen mache ich das Ganze jetzt. Also, zumindest mal jetzt wieder einen Teil aufnehmen. Weil so komisch es sich anhört, aber mir geht das Schneiden von den Folgen ab. Manchmal mache ich da halt eben so eine Aufnahmesession von irgendwelchen Projekten. Nebenbei tue ich natürlich wieder an dieser nicht enden wollenden Schreiberei für diese Review weitermachen. Aber wie gesagt, da mache ich halt eben eine Aufnahmesession von mehreren Sachen, so wie in letzter Zeit. Da habe ich halt eben diese Schauen wir mal Quickies gemacht und so. Und unter anderem nehme ich jetzt auch Outlaws auf. Und ja, dann irgendwann, wenn du fertig bist oder sowas, habe ich 100.000 Daten, urviel, überhaupt wenn ich mit Fraps aufnehme halt eben, aber das hatte jeder das Problem. Dann ist die Harddisk halt eben voll mit Videoschnitzel, weil die halt eben so viel Speicherplatz brauchen. Und da mache ich halt eben eine komplette Session mit Schneiden. Und wie gesagt, das ist mir ein bisschen abgegangen. Aber da müssen wir, glaube ich, nachher sogar reinhupfen. Glück, dass der nicht gut getroffen hat. Okay, so gut haben wir doch nicht getroffen. Okay, weißt du was? Ich weiß, Treffen. No. Sicher, sicher. So, wir haben hier einen Schlüssel. Ist auch gut. Schon wieder Danger, Danger. Dann nehmen wir wieder die Schrottflinte, wenn wir da eh so viel Munition davon kriegen. Ja, jetzt können wir runtergehen. Jetzt müssen wir, glaube ich, eher mal schauen, dass wir da reinhupfen ins Wasser und schauen, wo wir hin gespült werden. Ich werde sicher jetzt aber noch einmal speichern. Gut, da müssen wir, glaube ich, hin. Ah, okay. Ja, wir machen es anders. Da waren wir ja schon. Achso, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Da war man. Da kann man nicht hin. Nehme ich mal stark an. Na. Da kann man nicht hin. Gut, das heißt, dort war man. Ich schau nochmal kurz. Na, da ist zu. Da ist auch zu. Da ist auch zu. Gut. So, warte mal von da zu her. So ist da zu. Wir sind in der Übersaal. Wir sind in der Übersaal. Wir sind in der Übersaal. Wie sollst du dich? Wir sind in der Übersaal. Ich finde es aber auch cool, dass bei denen auch so ein bisschen Treffer-Zonen-mäßig gearbeitet wird. Weil eben, wenn er unten drauf wird, dann hält er sich in den Haxen. Und wenn er oben drauf wird, dann kippt er einfach nur um. Also, ist, finde ich, ziemlich cool gemacht. Gut, warum der jetzt das so stillkalt mehr hat, weiß ich nicht. Hey, wo kommt der her? Ah, falsche Schrotflinte. Die wollten wir haben. Boah. Geh, bitte. Da sind wir schon. Da sind wir schon. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Hm. 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 So, das heißt, das haben wir drückt. Ja, von da sind wir hergekommen. Hm. Das lässt sich nicht bewegen. Gut, da sind wir ja, da sind wir reingehupft, ganz sicher. Ja, das ist alles Gewehr-Munition, das, was ich nicht wirklich benutze. Ja, da sind wir da schon wieder. Hm. Hm. Aber das kann man eh nur, ja. Die kann man nur aufmachen. Die kann man, also da kann man nichts zumachen. Hm. Siehst du, das ist das, was man halt eben da nicht so ganz dockt bei dem Level. Sicher ja, es ist Gehirnschmalz ein wenig anregen und eine Lösung finden. Aber, nee, nee, nee. Habe ich ab und zu so lineare Geschichten lieber. Warte mal, da waren wir noch nicht, oder? Ach, da sind wir da. Das gibt's ja nicht. Habe ich jetzt ziemlich bewegen? Ah. Sorry. Ich muss kurz die Optionen gehen, das war das Falsche. Na, ich werde wieder Freude haben beim Schneiden. Aber das wollte ich ja. Also nicht das schneiden, aber naja. Das haben wir ja auch schon bewegt. Eigentlich bilde ich mir ein, dass der feather muss. Gibt es gerade den A火花? play an dasteel? Komm! Kör ab! Katzen! Uff, vittepack! Nh chatel das ist ... Mist dafür. So, den haben wir ja auch gedrückt, weil sonst war, hat das nicht draufgegangen. Genau. Da ist nix. Ich will jetzt einfach nur nach, ob ich da irgendwo eine Tür vielleicht vergessen habe, aber es... Nicht wirklich. Das ist nix. Das ist auch interessant. Die zwei. Da waren wir. Die zwei. Da waren wir. Das da drüben waren wir sicher auch. Und da waren wir auf jeden Fall. Genau, da waren wir da drinnen. Da gibt's nix. Ah, warte mal, warte mal. Eine Sache habe ich ganz vergessen. Aber die kann ich von da noch nicht anschauen. Ja. 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 Ich glaube, mir ist gerade was eingefangen. Das heißt, wir gehen da nochmal um. Was haben wir denn da? Da haben wir auch ein Gitter. Gut. Ich glaube, es gibt eines, wo kein Gitter ist. Da ist Gitter. Da ist auch Gitter. Okay. Dann muss ich ja nochmal mit dem Fahrstuhl da rauf fahren. ah ja, wir gehen. Gitter.. Ich habe mal schon gedacht, ich bin so klug. Ja, da bin ich so klug. Du bist in dem Fahrzeug! Ja, aber ich habe das Gitterlose gefunden. Ja, wie heißt schon das alte Sprechwort nicht schön, muss es sein, ich muss es haben. Ah, so we're next. So good. Ah, so good. Okay, there's nothing. So, what have we down there? Ah, I think it was that was. Let's go all the way down. Yeah. Ah, so good. Yeah. Yeah. Yeah, I got that. Yeah. Ah, so. anderes und ich speichere wenn nicht dass ich da jetzt absauf dann war es nie wieder wirklich da hinkommen so war das jetzt überhaupt nichts braucht gut und aktiviert wieder falls ich es finde das ist ja ich weiß nicht was ich weiß nicht was ich weiß nicht was ich habe jetzt die Was es ist und was nicht. Nein, 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 ich will da rein, ich will da rein. Hilfe. Ich hätte das mega aufgetaucht, Alter. Boah. Guck mal, wo ist die Mutter? Ah, das machen wir. Gut, jetzt probieren wir einfach mal das da aus, was immer das ist. Aber das ist, glaube ich, eh das, wo wir waren. Und wir fahren einmal das Ganze so ab, wie es ist. Ach Gott, ja, wir brauchen ja die ganzen... Ah, hehehe, ich mag mich. Auftauchen, bitte. Danke. Ich bin jetzt ersaufen hier. Da kommen wir ja dann auch raus, gell? Ja. Okay, super. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zum Anfang hin. Jetzt zart sie es ein bisschen, ne? Das sind dann diese tollen Schalterrätselchen. Wow. Und überhaupt jetzt, das wär's gewesen. So, jetzt müssen wir das wieder mit... Jetzt schauen wir mal in die Richtung, was das kann. Ja, wir lassen es so, wie es ist. Ach so, ja, dann sind wir da. Und wenn wir in die Richtung fahren... Ah, okay, deswegen. Wir können Strom aufwärts... Na, okay, geht ja nicht. Na gut, dann wieder zurück. Da können wir auch nicht hin. Da ist auch die Strömung zu stark. Ich werde aber die nehmen. Wenn das da hätten wir auch noch... Ah, da ja, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, da ist das, wo wir hin müssen. Und dann zum Schluss. Deshalb habe ich mir jetzt nämlich auch gedacht... Hey, warte, wo war denn der Raum mit den... Dingen? Gut, das eine lassen wir. Nein, hallo! Das ist aber auch wieder unfair. Ja, sind wir schon wieder da. Gut, ich werde es anders machen, oder? Ja, jetzt ist es ja wurscht. So, und dieses Mal schaue ich, dass ich da raufhupfe. Nein, das ist das. Nein, das ist das. So. So. Ist das da irgendwo? Nee. so zwei hammer eins fehlt uns noch gut das würde natürlich bedeuten wir sollten jetzt das erste umschießen ich hoffe ich dass es nur drei sind die man brauchen aber auch da kann ich mich hier ist naja wir werden es gleich herausfinden so Tadaa! Äh, ja, Sicherheitshaberspeichern wir, weil wir haben es gerade geschafft. Ich habe keine Lust, das gleich noch einmal wieder zu machen, weil ich dann irgendwie einen Fehler gemacht habe. So, ta-ta, da ist offen. So. Luft, 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 so. Welche Sau hat mich da angeschossen? Was ist das? Was ist das? traut er sich nicht so jetzt haben wir es aber gut geworfen zu weit zu weit so Okay, jetzt bin ich wieder da. Gut, theoretisch da müsste jetzt irgendwie offen sein, weil ich weiß, der Endgegner... Der ist nicht offen. Was muss ich denn noch machen? Was muss ich denn noch machen? Es muss doch... ...dessen. Was ist das? 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 Okay. Ich bleibe mal, was ich nicht so出ere, Einheit, ich hab's vernicht, aber... Ja. Na. Te-te-te-te.. Öp. Eeeh. Gut. Ich hab's da. Na, das ist nix. Lüft, lüft, lüft. Okay, jetzt sind wir da wieder drinnen. Ah, da geht's weiter. Ah, da geht's weiter. Oh, gut. Oh, gut. Ich glaube, da drinnen kriegt man auch noch was. Nee, tu nicht. So, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Ja, passt. Wenn wir da jetzt da reinhupfen, dann kommen wir zum Endgegner. Heute bin ich großzügig. Ich schieße dir nur dein Hirn weg. Das macht ja keinen Unterschied bei dir. So, da werden wir speichern, weil er eben jetzt kommt dann, wenn ich ihn besiegen sollte, kommt ja dann die Videosequenz und ich muss das Ganze wieder mit Hypercam machen. Verdammt, ich hängst aus. Wow. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Das ist schon so lange her, dass ich das gemacht habe. Du enttäuscht mich, Anderson. Verdammt, ich hängst schon deine faulige Leiche. Verdammt, ich rieche aus deiner faulige Leiche. Also, so schlimm oder so schlecht habe ich das Ding noch nie gespielt. Du enttäuschst mich, Anderson. Aber der Mayer habe ich das nicht so gemacht. Genau. Nicht mit vor und zurück, sondern nur mit dem Hupfen habe ich das gemacht. Du enttäuscht mich, Anderson. Ich kenne nicht die Art zu gehen. Wie schade, ich hätte gerne was mit ihm besprochen. Ich kenne nicht die Art zu gehen. Und damit kommen wir dann auch ins sechste Level, genannt das 4. Aber das ist eine andere Geschichte, weil die werden wir dann in Teil 6 von, schauen wir mal, Outlaws, die Gesetzlosen, uns genauer anschauen. Ich werde jetzt das speichern. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann... Sorry. Wann immer ihr diese Folge sehen solltet, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder Mensch bleiben, gell? Tschüss, papa. Tschüss, papa.